Guten Tag und herzlich Willkommen. Dieses Video heißt Radikalische Polymerisation für den Grundkurs. Der Film gehört zur Reihe Kunststoffe. Für die notwendigen Vorkenntnisse wäre es schön, wenn ihr den Film Eigenschaften von Kunststoffen für den Grundkurs bereits gesehen habt. Mein Ziel ist es, dass ihr nach dem Schauen des Films Vorstellungen über den Mechanismus der radikalischen Polymerisation besitzt. Das Video ist in sechs Abschnitte untergliedert. Erstens ein weißes Pulver. Zweitens was ist ein Radikal. Drittens der Mechanismus im Modell. Viertens der Mechanismus in Formelschreibweise. Fünftens welche Polymere sind herstellbar und sechstens Zusammenfassung. Erstens ein weißes Pulver. Im Jahre 1835 gelang es dem französischen Chemiker Henri Victor Regnaud wie Nucleurid herzustellen. Bei dieser Verbindung handelt es sich um ein Gas. Der Forscher beobachtete, dass sich bei Sonneneinstrahlung das Gas in ein weißes Pulver verwandelte. Regnaud konnte diesen Vorgang nicht erklären. Was geht dort vor sich? Wie läuft das ab? Und warum geschieht das? Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.